Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Ist die EU undemokratisch? Nein, trotz Schönheitsfehlern. Die Frage, ob die Europäische Union EU demokratisch oder undemokratisch ist, kommt immer wieder auf und ist ein zentrales Thema in der öffentlichen Debatte. Kritiker monieren häufig ein Demokratiedefizit in den Institutionen der EU, während Befürworter argumentieren, dass die EU nicht nur demokratisch sei, sondern auch eine wichtige Rolle in der Förderung der Demokratie in Europa spiele. Die Struktur der EU-Institutionen Um die Frage nach der Demokratie in der EU zu beantworten, ist es notwendig, die Struktur der wichtigsten EU-Institutionen zu betrachten. Zu den genannten Institutionen gehören das Europäische Parlament, der Europäische Rat, die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof. Das Europäische Parlament ist die einzige direkt gewählte Institution der EU. Es setzt sich aus 705 Abgeordneten zusammen, die von den Bürgern der Mitgliedstaaten gewählt werden. Dennoch wird die Macht des Parlaments oft kritisiert, da es keine vollständige Gesetzgebungskompetenz hat und viele Entscheidungen in Zusammenarbeit mit dem Rat der Europäischen Union getroffen werden müssen. Der Europäische Rat besteht aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten sowie dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem Präsidenten der Europäischen Kommission. Er gibt die allgemeine politische Richtung der EU vor, trifft jedoch keine legislativen Entscheidungen. Die Europäische Kommission fungiert als Exekutivorgan der EU und besteht aus einem Präsidenten und 26 weiteren Kommissionsmitgliedern, die von den Mitgliedstaaten ernannt werden. Die Kommission schlägt neue Gesetzgebungen vor und überwacht deren Umsetzung. Die Ernennung der Kommissionsmitglieder erfolgt in der Regel hinter verschlossenen Türen, was zu Intransparenz und demokratischen Bedenken führen kann. Kritiker sprechen oft von einem Demokratiedefizit in der EU und führen mehrere Punkte zur Unterstützung dieser These an. Intransparenz und fehlende Rechenschaftspflicht. Entscheidungen werden häufig hinter verschlossenen Türen getroffen und Bürger haben nur begrenzte Einblicke in die Entscheidungsprozesse. Zentrale Macht, die Europäische Kommission hat viel Macht, obwohl sie nicht direkt von den Bürgern gewählt wird. Komplexität Die komplexe Struktur der EU-Institutionen erschwert es den Bürgern, die Mechanismen zu verstehen und sich informiert an der Politik zu beteiligen. Befürworter der EU argumentieren hingegen, dass Gesetzgebungsprozess, das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union gemeinsam für die Gesetzgebung verantwortlich sind, was eine demokratische Repräsentation sicherstellt. Subsidiarität, Entscheidungen auf der europäischen Ebene nur dann getroffen werden, wenn sie effizienter als auf nationaler Ebene durchgeführt werden können, was lokale Demokratie stärkt. Schutz von Minderheiten und Grundrechten Die EU setzt sich stark für den Schutz der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der Minderheitenrechte ein, die in einigen Mitgliedstaaten vernachlässigt werden könnten. Vergleich mit Nationalstaaten Interessant ist auch der Vergleich der EU mit den Nationalstaaten. In nationalstaatlichen Demokratien gibt es normalerweise ein klar definiertes Regierungssystem. Die EU hingegen ist ein komplexes Gebilde aus verschiedenen Institutionen und Ebenen. Diese Komplexität führt dazu, dass die EU oft als weniger demokratisch wahrgenommen wird. Gleichzeitig erkennen viele nationale Regierungen, dass die EU eine wichtige Plattform bietet, um gemeinsame Herausforderungen anzugehen, die allein nicht effektiv bewältigt werden können. Daher kann man schlussfolgern, dass die Europäische Union sowohl demokratische als auch undemokratische Elemente aufweist. Sie verfügt über Direktwahlen und repräsentative Organe, die in politischen Entscheidungsprozessen eine Rolle spielen. Jedoch gibt es berechtigte Kritikpunkte hinsichtlich der Transparenz, der Machtverteilung und der Komplexität ihrer Institutionen. Eine Verbesserung der demokratischen Mechanismen innerhalb der EU könnte dazu beitragen, das Vertrauen der Bürger in die Union zu stärken und die wahrgenommene Legitimität zu erhöhen. Weitere Forschung und eine anhaltende Debatte sind notwendig, um die Demokratisierung der EU voranzutreiben und sicherzustellen, dass sie weiterhin ein Leuchtturm der Demokratie und Menschenrechte bleibt. Autor Anita Farke, Samstag, 8. Juni 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.